Musik Ich begrüße Sie wieder ganz herzlich zu diesen Kurznachrichten aus dem KfM des Martinushauses. Zu den einzelnen Veranstaltungen und Gottesdiensten sind Sie herzlich eingeladen. Die Nachrichten schließen wir jeweils mit einem Gebet oder einem spirituellen Gedanken ab. Freitag, 25. Februar, um 11 Uhr findet die Beerdigung von Frau Elisabeth Schmid und um 13.30 Uhr die Beerdigung von Herrn Warner Ehm statt. Um 19.00 Uhr laden wir herzlich zum Freitagabendgebet aktuell die Taufkapelle ein. Herr Stange, das Abendgebet gestalten. Samstag, 26. Februar, um 18.30 Uhr feiern wir den Vorabendgottesdienst in der St. Martinuskirche. Sonntag, 27. Februar, um 8.30 Uhr feiern wir Gottesdienst im Thomashaus. Der Gottesdienst in St. Martinus ist als Familiengottesdienst zum Thema Fasching gestaltet. Er beginnt, bitte beachten, erst um 10.30 Uhr in St. Martinus. Kinder wie Erwachsene dürfen, sollen gerne verkleidet zu diesem Gottesdienst kommen. Der Gemeindefaschung, wie der Kinderfasching, sowie der Seniorenfasching entfallen dieses Jahr aus Corona-Gründen. Rosenmontag, 28. Februar, trotz des Rosenmontages trifft sich der Öffentlichkeitsausschuss um 18.00 Uhr im Johannessaal. Faschingsdienstag, 1. März, der Abendgottesdienst im Thomashaus entfällt. Um 18.00 Uhr trifft sich das Team, das die ökumenischen Fastengebete vorbereitet, im Johannessaal. Aschermittwoch, 2. März. Mit dem Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit, die großen Exerzitien des Volkes Gottes. Die Zahl 40 hat in der Bibel einen hohen Stellenwert. 40 Jahre zog das Volk Israel durch die Wüste und weil es diese Strapazen ertragen hat, kam es auch im gelobten Land an. 40 Tage fastete Jesus selbst und weil er diese Zeit zur Besinnung nutzte, konnte er danach sein öffentliches Leben in diesem Sinne wagen. 40 Tage fastete Mose, bis er fähig wurde, die zehn Gebote im Sinne Gottes zu formulieren. 40 Tage ging der Prophet Elia durch Depressionen hindurch, bis er zum Gottesberg Horeb kam und dort eine ihn aufrichtende Gottesbewegung erlebte. Wir dürfen also gespannt sein, welches gutes Ereignis uns nach diesen 40 Tagen erwartet. Wir feiern am Aschermittwoch um 17.30 Uhr vor allem für die Kommunionfamilien einen Gottesdienst mit Aschenbestreuung in St. Martinus. Zu diesem Gottesdienst sind auch die Kommunionfamilien von Pettenville herzlich eingeladen. Um 19 Uhr feiern wir den Gemeindegottesdienst mit Aschenbestreuung. Dieser wird von einer Firmengruppe mit vorbereitet. Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Firmlinge, auch diejenigen von Pettenville, herzlich eingeladen. Donnerstag, 3. März um 10.30 Uhr findet im AWO-Heim eine Wortgottesfeier statt. Freitag, 4. März, wegen der Ferien, entfällt diese Woche das Freitagabendgebet. Zum Beginn der Fastenzeit veröffentlicht der Fastenkalender vom Miserior den folgenden Hymnus. Es ist Zeit. Du bist Gott wie eine Sonne. Du wärmst mich. Deine Strahlkraft stärkt und entspannt mich zugleich. Doch manches Mal verbrennt es mich. Der Wunsch, dir zu gefallen. Der Versuch, dir alles recht zu tun. Ich bin nur ein Mensch und nicht perfekt. Doch wenn du nicht da bist, wenn ich dich einmal nicht spüre, dann wird mir kalt. Denn ich weiß, ohne Sonne kein Leben. Es ist Zeit. Ich will mich neu ausrichten auf dich. Will mir Zeit nehmen für dich. Werde denken an dich. Nachdenken über dich und über mich. Es ist Zeit. Fastenzeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Beginn der Fastenzeit. Ich wünsche Ihnen einen guten Beginn der Fastenzeit.